In diesem Video wollte ich euch mal zeigen, wie wir mit kleinen Zombies und zwar verbrennen die nicht. Ich hab einfach mal 3000. Alle normalen verbrennen, aber diese kleine Zombies... Die brennen alle. Die wollen jetzt mal was machen. Die verrennen die alle. Und die kleine Zombies wieder aus. Da gibt man kleine Zombies zu bleiben. Die kleine Zombies brennen nicht. Das heißt die Zombies mit in Wuhm. Dann gibt hier ein Daumen. Dann gibt hier ein Daumen. Daumen nach oben. Kommentiert das Video. Und abonnieren.